Das Wetter der nächsten drei Tage lässt sich mit einem Wort ganz gut zusammenfassen. Schweißtreiben. Nicht nur die Hitze am Tag ist belastend für den Kreislauf, sondern auch die tropischen Nächte. Schon die Nacht zur Sonntag war eine tropische in einigen Regionen Deutschlands. 23 Grad die Minimumtemperatur in Bad Berg-Zabern oder in Kubschütz. Berlin und Dresden 22 Grad Tiefstemperatur. Und auch die Nacht zum Montag wird gebietsweise tropisch sein. Zum Beispiel in Stuttgart 21 Grad Tiefstemperatur. Wesentlich angenehmer im Emsland. Dort kühlt es bis auf 11 Grad ab. Unter Hochdruckeinfluss ist es vor allem im Süden Deutschlands. Heiß und dazu schwül, eben schweißtreibend. Und viel Sonnenschein wird es am Montagvormittag im Süden geben. Sonst vorüber gehen ein paar dickere Wolken. Ansonsten viel Sonnenschein nach örtlichem Frühnebel. In den meisten Regionen wird es den ganzen Tag trocken bleiben. Nur ganz vereinzelt kann es vom Erzgebirge über das Vogtland ein Schauer geben. Vielleicht auch im Süden über das Schwäbischen Altmann. Kurzes Gewitter. Aber wie gesagt, die meisten werden trockenes Badewetter erleben. In 8 bis 13 Sonnenstunden in dem Norden Höchsttemperaturen von 23 bis 26 Grad. Im Süden verbreitet Hitze von 30 bis 35 Grad. Und dazu ist der Wind nur relativ schwach oder überhaupt nicht spürbar. Also der bringt gar keine Kühlung. Und die Luftfeuchtigkeit ist extrem hoch im Süden. Also dementsprechend die Schwüle sehr hoch. Und das nicht nur am Montag, sondern auch am Dienstag. Und auch der Mittwoch bleibt auf jeden Fall schwül. Der Wetterablauf am Dienstag so ähnlich wie am Vortag. Und am Mittwoch wird die Luftmasse dann so langsam instabil. Dann können sich vor allem im Süden, in Bayern, örtlich heftige Gewitter entwickeln. Bei 35 Grad ist das eine hochgefährliche Angelegenheit. Im Norden einzelne Schauer. Dazwischen scheint öfter die Sonne. Und die weitere Entwicklung, die verspricht dann Abkühlung. Mehr dazu hier im Sieben-Tage-Wetter.